Ich wech da rauf. Warte mal, ich muss es aber anders sehen. In einer Minute fängt er dann an, na nicht in einer Minute, in ein paar Sekunden geht er dann hinten runter. Nice. Warum liegen denn hier oben so viele Dinger rum? Die habe ich drauf gesetzt. Aber du kannst doch runter fahren. Ja ja, aber das war ja noch vor dem. Ach so. Wenn die auf dem Kopf liegen, kannst du gar nichts mehr. Das eine hat sogar senkrecht verstanden. Ja. Jetzt komm ich hier auf. Also boing. So, jetzt bin ich viele. Ist das ein Kris? so gut gezogen also ich bin am stein gelandet vielleicht abgesprungen oder doch ich habe da was runter geschmissen jesos Oder so ähnlich. Hast du gesehen? Ich hab den einen mit dem Trick ausgeschaltet. Da kommt noch ein Fliegendei. Das ist ein Fliegendei. Das war's. Heeeeee! Wooo! Ha ha ha! Wow! Wow. 100 extra Punkte, wie bei den jetzt, Tony Hawk's. Wow. 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 Du hast gesehen! Zwei auf einmal! Komm mal! Jeeeeeeehaw! Hahaha! Mit DREO! Mit DREO! Und nochmal rüber Und nochmal Ja, wiii